So, dann wird das schon ein guter Abend, mein Lieber. Wir kommen zu meinem neuen Vlog. Und ja, gestern kann ich Leute nicht filmen. Und ja, gestern war Sonntag. Und dann war der Samstag. Und dann ja. Und ja, heute habe ich ja keine Schule, weil ich habe ja Studietag. Aber ja, deswegen ist es heute, die Schule gab es meinen Bruder. Und ja, ich gehe morgen, also wir sind ja morgen auf Tour. Wir sind morgen in Schöneberg. Schöneberg, Schöneberg, Halle. Das ist mein Schöneberg in Berlin. Und dann tasse ich da. Und da müssen wir dieser blaue Pulli sehen, also von meiner Schule. Und da müssen wir uns sehen. Und ja, da gehe ich ja morgen, also das erste Morgen. Und da tanzen wir. Und da wird auch welche Teile, Teile, Teile kommen. Teile kommen. Teile kommen. Und ja, ich gehe ja morgen in Schöneberg, Halle. Und da sind wir morgen auf Tour. Und da würde ich euch tanzen. Ja, da könnt ihr euch zum Teile kommen. Und dann könnt ihr euch das sehen, wie ich das getanzt habe. Und das ist ja im Schöneberg in Berlin. Und dann sage ich euch morgen, also dann Hallo. Und da könnt ihr euch morgen erzählen. Also das Video soll gegen so, keine Ahnung, ich glaube, 19 Uhr, ich glaube, 20 Uhr, 19 Uhr, keine Ahnung, wird das Video hochgeladen. Ich habe das online kommen. Und dann ist das Video fertig. Danke für euch, dass ich angucken und auch nie nicht vergesse. Und ja, also das war's. So, also das war's, meine Lieben. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Ähm, gibts Daumen nach oben. Und abonniere meinen Kanal. Äh, abonniere meinen Kanal ist immer kostenlos. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, macht Daumen nach unten. Und ähm, ja, dann abonniere meinen Kanal. Und ähm, ja, dann sehen wir uns erst wieder. Bis morgen wieder. Und äh, es muss auch kein Vlog kommen. Deshalb kommen wir morgen, äh, mit Tanzen auf Tour. Geht's morgen. Also das war's. Tschüss, ihr Lieben. Öhan. Ehm. Vielen Dank.